Ja, hallo YouTube, jetzt kommt es zurück zu einem neuen Video. Jetzt ist es soweit, dass ich dank euch ganzen Menschen mir den Bildschirm gekauft habe. Das heißt, Bildschirm ist angeschlossen. Ich habe gerade fertig mit Anschließen. Ich habe mir jetzt überlegt, komm, streamst du mal ein bisschen. Und ich werde deshalb jetzt so machen, dass ich jeden Dienstag und Donnerstag streame. Warum? Ganz einfach. Eigentlich würde ich auch noch Samstag machen, da ich am Wochenende aber immer mit meiner Freundin was mache, weil wegen Fernbeziehung anders geht es nicht. Ist es bei mir so, dass ich natürlich Videos vorproduziere. Das heißt, ich produziere meistens Sonntag und Montag für Dienstag, Dienstag bzw. Mittwoch für Donnerstag und Donnerstag und Freitag dann für den nächsten Tag. Und so ist es für mich einfacher, das heißt, wenn ich auf den Tagen, wo ich die Videos release, das heißt Dienstag, Donnerstag und Samstag fällt aus, da die Leistungen mache, ist es für mich einfacher, weil ich das Videomaterial schon hochgeladen habe und dementsprechend viel, viel mehr Zeit habe und dann streamen kann. Ich werde das jetzt so machen, dass ich jeden Dienstag und jeden Donnerstag um 17 Uhr bis 19 Uhr streame. Es kann sein, dass es ein paar Minuten nach hinten zieht, es kann auch sein, dass ich früher anfange, früher aufhörte. Das kommt immer darauf an, wie es bei mir gerade zeitlich dran ist. Jetzt werden wir einfach um 17.17 Uhr anfangen bzw. 17.20 Uhr. Ich werde es sehr wahrscheinlich so bis 7 Uhr streamen. Einfach, dass ich ein bisschen diese kurzen Streamzeiten auf YouTube habe. Natürlich wird dieser 24-Stunden-Stream, wie ich es angekündigt habe, nachgereicht. Der wird sehr wahrscheinlich irgendwie nächste Woche oder übernächste Woche kommen. Ich werde da dann eine Ankündigung machen, die eine Woche vorher läuft, damit wirklich auch viele Menschen da sind, weil ich habe nämlich richtig Bock, da über Nacht dann wirklich 40, 50 Mann zu haben. Das wäre auf jeden Fall schon ein kleiner Traum, den ich hätte. Ja, wie gesagt, Stream geht sofort los. Euer Maxo und Jupp Ciao. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass die ersten Streams, die ich jetzt anfange, Dienstag und Donnerstag, um 17 Uhr immer noch angekündigt werden. Ich will das irgendwie nach 2, 3 Wochen, will ich das einstellen. Das heißt, irgendwann wisst ihr ja alles so von wegen, alles klar, Maxo streamt jetzt um 17 Uhr, dann brauche ich es ja nicht mehr hochladen. Aber für die Anfangszeit wollte ich es immer so machen, dass ich Dienstag und Donnerstag einfach mein Intro hochlade. Jetzt kommt natürlich hier am Montag dieses Video, aber sonst lade ich einfach mein Intro kurz hoch. Und dann hat sich das erledigt. So, Geli schreibt, bla. Auf jeden Fall euer Maxo und Jupp Ciao.